Heute zeige ich dir, wie du diese cinematischen Black Bars reinbringen kannst in DaVinci Resolve für dein iPad. Im heutigen Video zeige ich dir zwei Wege, wie du das Ganze schaffen kannst. Aber bevor wir in diesen einfachen Weg gehen, solltest du dir überlegen, warum du überhaupt diese Black Bars haben möchtest. Möchtest du deine Aspect Ratio eigentlich verändern? Weil wir haben ja standardmäßig, ich zeige dir da mal hier kurz was, wenn man eingibt bei Google Aspect Ratio. Das ist jetzt nicht von mir, das ist von InVideo. Dankeschön fürs Kreieren. Und das zeigt dir die verschiedenen Aspect Ratios. Und wir haben als Standardformat zum Beispiel meine Canon oder auch mein iPhone, die shooten Videos in 16 bei 9. Wenn wir ins Kino gehen, dann haben wir aber zum Beispiel sowas wie das hier, Cinescope 2.35 bei 1. Wenn du also jetzt einen Kurzfilm kreierst und du willst, dass die Aspect Ratio genauso ist, dann solltest du nicht diese Black Bars reinmachen, weil in deinem Video werden diese Black Bars mit gerendert, mit als Informationen. Das Video wird größer und solltest du jemals an einem Gerät das abspielen, was sogar White Screen ist, also ein Monitor, der so aussieht, der würde trotzdem die Black Bars zeigen und dann würde das Ganze so reinschrinken und dann so, hä, willst du nicht. Wenn du die Aspect Ratio also dauerhaft verändern willst, dann solltest du eine Timeline kreieren, die diese Aspect Ratio hat. Das machst du hier bei Rechtsklick und dann sagen wir Neue Timeline und jetzt wollen wir nicht unsere Projektsettings verwenden, wo wir wahrscheinlich die Standardformat gewählt haben, sondern du kannst hier bei Format verschiedene Formate auswählen oder sogar dein Custom Format wählen und dann dauerhaft deine Timeline verlängern, White Screen machen, okay? Ich weiß, in dem Video bist du wahrscheinlich hier eigentlich, um den anderen Weg zu lernen, deswegen zeige ich dir jetzt, wie du das machen kannst bei einer normalen Aspect Ratio von 16 bei 9. Klick auf deinen Clip und dann kannst du in den Inspektor gehen und wenn du hier im Inspektor kannst du diese Dinge mal auf und zu machen, wenn du klickst, dann siehst du hier unten gibt es Cropping. Wenn wir in Cropping gehen, können wir quasi Sachen rausschneiden aus unserem Video hier, zum Beispiel von links oder von rechts. Machen wir mal Reset, ich kann hier oben einfach, einfach Doppelklick auf die Dinger, dann resettet sich das Ganze. Das heißt, ich kann auch von Top und von Bottom reinschneiden und das erzeugen. Aber was brauchen wir jetzt denn eigentlich? Wir haben einen 16 bei 9 Format und ich habe gerade ein Video mit 19,20 mal 1008. Was muss ich also machen? Ich will jetzt das hier erzeugen. 2.35 bei 1. Also gehe ich in meinen Taschenrechner und gebe ein 19,20 geteilt durch die 2.35 Aspect Ratio. Dann bekomme ich 817 Pixel. Das bedeutet, die 1080 sollen jetzt nur noch 817 Pixel sein. Also kann ich folgendes machen. 1080 minus die 817 Pixel ergibt 263 Pixel. Das sind die gesamten Pixelanzahl, die wir weg haben wollen. Also das geteilt durch 2 bedeutet 131,5 Pixel von oben weg und 131,5 Pixel von unten weg. Warum überhaupt Pixel, fragst du dich jetzt vielleicht. Naja, wenn wir jetzt in DaVinci reingehen von oben, wenn ich jetzt den gesamten Wert wegnehme, was wird er mir hier anzeigen? Er zeigt mir 1080 an. Er zeigt mir also genau die Pixel an, die mein Video hat und so viel kann ich dann auch wegschneiden. Das ist das Maximale. Also wir wollen 131,5 von unten und von oben 131,5. Jetzt wirst du aber vielleicht das Ganze auch noch animieren, sodass das am Anfang so ist wie jetzt und dass die Blackbars dann reinkommen. Wie kannst du das Ganze machen? Naja, mit den sogenannten Keyframes. Jetzt gehen wir an die Position, an die Position. Sagen wir mal zum Beispiel, das Video beginnt hier. Und wir wollen an der Position, dass die Blackbars drin sind. Dann können wir jetzt hier folgendes machen. Hier rechts sind die sogenannten Keyframes. Wir brauchen also einen Keyframe für Top und für Bottom. Und dann gehen wir an den Anfang von dem Video. Und jetzt müssen wir einfach nur das hier zurück auf Null setzen. Und wenn wir jetzt Play drücken, wumm, kommen die Blackbars rein. Wenn du was gelernt hast, lass uns einen Daumen oben da. Wenn du mit DaVinci Resort fürs iPad arbeitest, dann abonniere unseren Kanal. Es wird mehr Videos geben für DaVinci Resort fürs iPad. Ich bin Daniel. Wir sehen uns im nächsten Video. Huff! Bis zum nächsten Mal.